Die Herbstsonne strahlt auch am Sonntag vom Himmel und erwärmt die Luft auf bis zu 22 Grad. Genug Wind, dass der Drachen ordentlich fliegt, gibt es zwar leider nicht, aber wie wäre es denn mit einem schönen Spaziergang im goldenen Oktoberwald? Der Sonntag gestaltet sich überwiegend sonnig. Gegen Mittag wandern zwar ein paar vereinzelte Wolken über den Himmel, den übrigen Tag über aber hat die Sonne freie Fahrt. Die Temperaturen klettern auf bis zu 22 Grad. Nachts ist der Blick auf einen sternenklaren Himmel möglich, bei Werten zwischen 10 bis 14 Grad. Die neue Woche startet mit Nebel, aber sobald der sich verzogen hat, lacht die Sonne vom blauen Himmel. Am Dienstag zeigt sich der Himmel leicht bewölkt, zur Wochenmitte hat aber definitiv wieder die Sonne die Oberhand. Die Höchstwerte liegen in den kommenden Tagen stets bei über 20 Grad.